Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Heroes of the Storm mit Minimlin und yo, ich bin wieder ganz alleine unterwegs in der hellen Liga. Ja ja, eben noch mit dem Beineberg zusammen und jetzt alleine. Wir sind bei 159 Siegen, 156 Niederlagen. Rang 15, nicht so geil, ne? Nicht so geil. Aber ihr wisst ja, wie es ist. So. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich jetzt mal ein bisschen Glück habe, nochmal gewinne. Das wäre schön. Es ist an der Zeit. Rang 15 ist nicht so geil. Und ja, schauen wir doch mal in die Statistik rein in letzter Zeit. Ja, ein Auf und Ab. Oh, dritter pick. Keltas Reiner zu Rande. Kann jederzeit losgehen. Tja, der Keltas ist weg, mein Freund. Sieg den Verlassenen. Okay. Bahn 15. Gerät Allineiz. 죠. Wow. Zähl. Bist du. Bist du dir der Keltas? Ja. Pist du dir. Lisch. Bist du dir Catistik. Aber auch. Fertif pole. Entschuld. Also ist es E Rub. Co vra zitiert. Dist du dir. OK? Was für Picks Oh man Ich folge der Stimme Elun Ich bin bereit Oh man Rang 4 Tyrael Oh yes Mit Rang 27 Lilly zusammen Wunderschön Da möchte jemand Rang 1 werden Dann haben wir 14er Keltas 16er Walla 15er Athanas als Gegner Und ich habe als Mate 16er Sylvanas 15er Moradin 14er Seratul 16er Rayna Ich hoffe, dass sie alle einigermaßen gut spielen können Und Also meine Leute Die hoffentlich nicht Wobei der Tyrael jetzt mit Sicherheit kann Das ist wieder der Carry hier Der ist wieder unterwegs Oh man Hoffen wir das Beste Ein Win wäre echt schön Ich würde es mir wünschen In Kürze beginnt So sei es Sind eure Klingen bereit? Eine Schildwache ist immer bereit Die Tore öffnen sich in 10 Sekunden 5 4 3 2 1 Sofort Möge der Kampf beginnen Ramp 4 Tyrael Okay, dann gehe ich mal in die Mitte Wegen dem Moradin Ist dann doch Komm Tu es Das Schicksal verlangen die Tod Dieses Helden Leider ein bisschen my bad Wir haben es dann nicht so gut getroffen Ohne zu zögern Ohne zu zögern Die Unkrautler erheben sich Tötet sie Erntet ihre Samen Sofort Wir sollten uns beeilen Wir sollten uns beeilen Wir sollten uns beeilen Wir sollten uns beeilen Die Unkrautler erheben Der Verbindeter benötigt Hilfe Lauf das nächste Mal schnell Das war's für heute. Die Sonne geht auf. Für den Augenblick müssen meine Kinder... Erntet die Früchte eurer Bemühungen, Helden. Erweckt mein Ungeheuer zum Leben. Wie die Göttin wünscht. 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 Wir sollten uns diese Söldnerlager zur Brust nehmen Oh, ich hab gute Mates Hier kommen die Tränen Ich hab noch einen relativ guten Seratool dabei, wollte ich gerade sagen Die Nacht bricht erneut herein, bald werden sich die Unkrautler wieder erheben Es ist soweit, tut was getan werden muss Wir sollten uns beeilen Mit dem Schaden, euer Schuh Ja, mit der Art von Sanitäter kann ich mich in eure Heide Wir sollten uns beeilen Ja, Seratool ist ein bisschen greedy jetzt, ne? Das Ungeheuer wartet Kommt, holt euch seine Macht Das Ungeheuer kann nicht lange warten Nutzt seine Macht Hervorragend, macht euch auf den Weg und reißt die Force eurer Gegner nieder Anscheinend habt ihr eine weitere Nacht überlebt Erbaulich Ich sage es nur ungern Ich sage es nur ungern Aber euer Gegner hat ein Ungeheuer Gut gemacht Das Ungeheuer wird sich auf die gegnerischen Force Boah, ich dachte gerade kurz, ich hätte mich verskillt, ey Ich sage es nicht, wie es ist, wenn ich mich verschläge Das Schicksal verliebt die Todes, dieses Helden. Ich hätte doch so gerne einen Win. Oh, oh. Okay, da bin ich dauuun, 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 dauuun. Healer-free-gang. Nice. Nice, nice, nice. Nice. Spread, spread! What? Oh! Oh! Schnell! Auf in den Kampf! Sofort! Bald schon wird es Nacht sein, Helden! Vergesst nicht! Tötet die Unkrautler und ergattert ihre Samen! Die Unkrautler erheben sich! Er schlagt sie und sammelt ihre Samen! Nein, jetzt Engage doch nicht daaa! Sieg Okay. Bye. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das Rotation ist real. Und alles hat angefangen mit Zero Two. Und jetzt sind alle tot. GG. Oh Mann, ey. Ich hab echt kurzzeitig gedacht, das sah so gut aus, ne? Das sah so gut aus. Das war's. 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 mit vielen Problemen Die Nacht ist angebrochen. Ich liebe den Anblick meines Gartens im Mund. Welch eine freudige Nacht, um verflucht zu sein. Es sieht aus, als ob's dir nicht so gut geht. Such dir am besten einen Heilbrunnen. Ich ziehe mich zurück, um später erneut anzugreifen. Ohne zu zögern. Hier, natürlich. Wir sollten uns beeilen. guys, die sind noch nicht so gut. Ich bin noch nicht so gut. Ich bin noch nicht so gut. Ich bin noch nicht so gut. Ohne zu zögern. Ja, das genügt. Schon bald wird das Garten ungeheuer euch gehören. Ach, der Morgen dämmert, Helden. Und nun müssen meine lieben Kinder rutschen. Erntet die Früchte eurer Bemühungen, Held. Erweckt mein Ungeheuer zum Leben. Für eure Gegner ist ein Ungeheuer herangewachsen, Helden. Such dir am besten einen Heilbrot. Das Schicksal verlangt die Todes dieses Helden. Und nun, du kannst deine Schicksal verlangt mit dem Schlag. Erregt uns doch die eine Schicksale Jochen. ame,, und dann soll ich mich mehr beim Gelegen. Die Zitadele wird angegriffen. Gut gemacht. Das gegnerische Ungeheuer ist eingegangen. Festung. Zerstört. Sofort. Freunde, lasst uns die gegnerische Zitadelle angreifen. Gut gemacht. Das Ungeheuer wird sich auf die gegnerischen Force stürzen. Vorwärts. Die Nacht bricht in 30 Sekunden herein. Seid ihr bereit, euch zu vergnügen? Ja, natürlich. Ich ziehe mich zurück, um später erneut anzugucken. Die Unkrautler erheben sich erneut. Befreit meine Samen! Glocke. Stimmt's. Statistik, Talente, Wizard, auch noch mal Statistik. Tschüss.